Gibt euch einen Sonnengruß mit beiden Armen. Einatmung, Hände schließen Sie. Langsam zu Fäusten. Ausatmung, die Arme auf beiden Seiten. Mit der Einatmung fallen die Arme, beschreiben sechs Kreise. Gegenläufig. Ausatmung, andere Richtung. Aus dem sechsten Kreis, kommt die Einatmung, Arme werden gehoben, bis über den Kopf. Und wenn möglich, jetzt die Luft anhalten. Kinn ein bisschen zurückziehen zum Hals. Und nach vorne beugen mit vollen Lungen. Fäuste bis zum Boden bringen oder so weit wie sie kommen. Mit vollen Lungen wieder hochkommen. Und dann mit der Ausatmung die Arme sinken. Wenn diese Atemretention jetzt zu lange dauert, kann man natürlich auch immer noch ausatmen. Während der Vorwärtsbeuge. Und mit dem Hochkommen wieder einatmen, so wie ich es im letzten Video gezeigt habe. Ansonsten jetzt, genau wie in dem ersten ägyptischen Sonnengruß, den ich vollständig aufgenommen habe, Vierteldrehung nach links, dann das gleiche wiederholen, Vierteldrehung nach links, nach links, zurück in die Mitte. Und dann wieder zurück, bis ich sozusagen wieder in der Ausgangsstellung bin. Und jedes Mal halt das Element, was ich gezeigt habe.